Und jetzt gleich am Anfang, die kniffligste Stelle von allen, da müssen sie alle hoch! Und da haben wir das erste Däumchen hier von Marco, ihr seht das ganz deutlich, unser Weltmeister, mit dem gnadenlosen linken Daumen hier. Aber das hat er geschafft! Überragend, der hat den André Burton bis auf die letzte Phase durchtrainiert und jetzt geht's hier auf den zweiten Abschnitt. Auf geht's André! Second Point, Third Point, also jede Berührung wird hier mitgezählt und nochmal zur Erinnerung, wenn die Hand voll ist, ist es aus hier. Also jetzt, alles geben für den André! Und das war die erste Däumchen! Voller Hand für den André, riesen Beifall, André Burton!